KULTUR 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 Das sah so gut aus, oder? Ja, ich fäll's. Wir haben heute einen Theaterworkshop zum Thema Kulturlos in Brandenburg gemacht. Ziel des Theaterworkshops war, den Brandenburgern zu zeigen, was die Jugend von der Kultur in Brandenburg hält, dass einfach zu viele Geschäfte schließen und es einfach zu wenig Angebote für die alternative Jugend gibt. Also ich denke, es kam ziemlich gut an, die Leute sind stehen geblieben, haben geguckt, oh Gott, oh Gott, wundern was da passiert, vor allem weil ja auch sehr kritische Themen gefallen sind, wie zum Beispiel Hartz IV oder Saufen oder Leute anmachen. Boah, schmeckt noch beschisster als sonst immer. Sag mal, was stinkt denn hier schon wieder, Scheiße? Wie richtig Hundescheiße? Warte mal. Ah, ich bin eke. Ja, klasse, warum bist du wieder in die Latsche, stinkt wie Sau hier. Boah, denk mal meinen neuen Schuhen, hat mir sauber erspart. Ja? Dann muss ich immer nach unten gucken, damit keine Hundescheiß-Latsche in dieser Stadt hier. In dieser Stadt, du läufst durch die Hauptstraße. Komm, bist du da? Hundescheiße, überall Hundescheiße. Ja, das ist Brandenburg. Ja, das ist Brandenburg. Das ist wie Schokosträusel, nur auf der Stadt. Was? Vielen Dank.